Dortmund 2 gegen 2,35er Favorit Rot-Weiß Essen, der schwarze Würfel. Favorit gewinnt, es ist eine 2 zu tippen. Favorit Ingolstadt gegen Saarbrücken, Siegquote 2,0 der blaue Würfel. Eine 1. Viktoria Köln gegen den 1,95er Favorit Dynamo Dresden, der blaue Würfel. Favorit gewinnt, es ist eine 2 zu tippen. Ferl gegen 2,05er Favorit 1860 München, der blaue Würfel. Eine 2. Favorit verliert, es ist eine 1 zu tippen. 1,95er Favorit Elfersberg gegen Zwickau, der blaue Würfel. Eine 1. Bayreuth gegen den 1,9 Favoriten Osnabrück, der blaue Würfel. X unentschieden.